So, ohne Intro heute? Ne, natürlich mit Intro. Und damit, hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu Programmierfolgen Day of Death. Wir haben es immerhin im letzten Part hingekriegt, den Singleplayer-Modus zu aktivieren. Und nun möchte ich ganz gerne den Multiplayer-Modus heute machen. Für den Multiplayer-Modus brauchen wir erstmal ein entsprechendes Interface, welches dann auch bitte im Chat angezeigt werden soll. Hier funktioniert das ganz wunderbar. Wir können die Regeln, wir können den Tag starten. Juhu, jetzt möchte ich aber ganz gerne den Multiplayer-Modus programmieren. Das heißt, dazu gehen wir erstmal auf Minecraft.json. Ich hatte, by the way, das kann ich euch mal eben kurz zeigen, ich starte mal eben den Tag. Drücken wir drauf, zack, Tag gestartet. Singleplayer-Modus ausgewählt, die Zeit fängt oben an zu laufen. Das wird noch alles schöner gemacht. Es fehlt ja jetzt noch die Möglichkeit, auch das hier, ha, komm schon, dass die Sonne entsprechend richtig gerichtet wird, etc., etc., etc. Und ihr seht, ich habe hier eine kleine Schnecke aus Command-Blöcken gemacht. Die spielen Musik. Die klingt so. Ah, das könnt ihr gar nicht hören. Könnt ihr gar nicht hören. Könnt ihr nicht hören. Mein Fehler. Jetzt könnt ihr es hören. Na, wer hat es erkannt? Was ist das? Schreibt es ruhig gerne in den Kommentaren, wenn ihr es erkannt habt. Das ist das Big Ben-Thema. Ich löse es mal schnell auf, falls ihr gerade am Schreiben seid. Habt ihr gut gemacht. Big Ben ist der Glockenturm von England. Dort in London. Ja, ich bin zu blöd. Ich bin so eine inkompetente. Der Ton muss dorthin. So. Ja, jetzt passt es wieder. Das war ein F, glaube ich. Das ist ziemlich, wenn ich das so... Das ist ein F. Ich glaube, das ist ein F von dem Ton her. Immer diese Absolut-Hörer hier. Das ist ja grauenhaft. So. Add Text. Schauen wir mal. Wir brauchen jetzt dieses Interface. Ich mache es erst mal mit dem Command-Block, bis ich dann zufrieden mit dem Layout bin. Die Uhr, die läuft zwar oben schon ab. Kann sie gerne machen, wenn sie daran Spaß hat. Hallo, Piggy, Piggy, Piggy. Aber Piggy, 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 Piggy hat heute Piggy-Pause. So. Wir brauchen die Command. Als erstes geht es wieder los mit die Pluses. Die können wir auch gleich mal holen. AppData, Prozent, Save, Day of Death, Datapacks, Day of Death, Data.Dot, Functions, Slowtick. Da haben wir hier die Menge der Plusse, die wir brauchen, um unsere erste Line zu bilden. Die wird in Dark Grey gehalten. Dann gab es eine Notize. Ja, willkommen zu Day of Death. Auch das kann quasi übernommen werden. Und zwar in Dark Red hatten wir uns entschieden im letzten Part. Das heißt, hier machen wir mal ein wenig Dark Red. Red, 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 Dark Red. Okay, wunderbar. Dann das Ganze natürlich Bolt und Underlined. So, dann davor gesetzt noch ganz viele Backslash-N. Das sind dann Leerzeichen. So, Day of Death. Welcome to Day of Death. Dann machen wir mal Plus und Leertaste hier hinter. Dann sieht das Ganze schon mal besser aus. Hinter dem Book kommt zu Day of Death machen wir nochmal eine Leertaste und nochmal eine Leertaste. Dann stoppt der... Nee, 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 nee. Wir müssen ja erstmal wieder Plüsschen machen. Also Dark Red machen wir dann Leerzeile, neues Plus. Leerzeile, neues Plus. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Mitspieler. Jetzt gibt es halt die Besonderheit. Im Multiplayer-Modus müssen alle Mitspieler erstmal dafür stimmen, ob sie mitmachen oder nicht mitmachen. Ja, wenn alle dazugestimmt haben, dass es losgeht. Dammit. Das ist ganz schön komplex jetzt. Pass auf. Ja, wir machen das mit Farben. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie man das machen kann. Wir schreiben jetzt hin Mitspieler. Mit Mitspieler. Doppelpunkt. Und dann kommen die Mitspieler hier rein. Und die kriegen dann unterschiedliche Farben, die Mitspieler. Mitspieler Doppelpunkt. Das machen wir dann Gray. So. Natürlich mit einer Leerzeile hinter. Und jetzt kommen die Mitspieler. Selector. At A. Tag gleich mit. Oder jetzt ist die größte Frage, wie machen wir das? Erstmal. Wir müssen jetzt alle Spieler gelöscht werden. Wenn das Spiel neu startet, bevor überhaupt irgendwas geschieht in diesem Spiel, wird alle Spieler, wird der Tag erstmal von jedem Spieler entfernt. Der Spieler-Tag wird entfernt. Das muss instant gestehen. Das muss sofort geschehen. Deshalb muss es in der Tick-Function stehen. Wir haben ja diese Deklaration hier. Und ähnlich wie hier den Execute Game on Spectator, mache ich hier ein Run. Tag. Remove. At A. Tag gleich Player. Player. Ist das denn richtig geschrieben? Überprüfen wir den Syntax des Commands. Nein. At A habe ich vergessen. Nein. Tag. At A. Remove. Player. So einfach geht das. Tag. Und da muss ich den Befehl ja nicht permanent ausführen. Deshalb machen wir natürlich alle, die ein Spieler haben. Tag gleich Player. So. Und dann gibt es halt noch eine Besonderheit. Und zwar, was ist, wenn jetzt jemand joint? Was ist, wenn jetzt jemand dem Spiel joint? Das ist auch wieder eine lustige Sache. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ich überlege gerade, ob ich es tatsächlich über ein Scoreboard mache. Denn wenn ich ein Scoreboard kann, kann ich einfach das Scoreboard resetten. Tag kann ich nicht resetten. Tag bleibt auch dann sitzen, wenn der Spieler nicht mehr online ist. Und den Tag kann ich dem Spieler nicht wegnehmen, solange er nicht online ist. Ein Score kann ich ihm wegnehmen, solange er nicht online ist. Das machen wir, nee, wir machen das mit einem Score. Wir sagen, dass der Spieler, der ist dann nicht, der kriegt kein Tag. Machen das genau andersherum. Wir machen nämlich keine Tag-Zuweisung. Singleplayer ist ja die Datei, die das Ganze ausführt. Singleplayer, nein. Wir machen, hier gibt es ja einen Tag für den Spieler. Das machen wir nicht. Es gibt keinen Tag für den Spieler. Wir machen einfach scoreboardplayersz at a foo1. Foo ist ja unsere Datenwerte-Dings. Und wenn das auf 1 steht, ist man ein Spieler. So einfach ist die Geschichte. Und da machen wir hier, wenn das Spiel neu gestartet wird, müssen wir diese Foo löschen. Diese Datei, Foo. Die wird ja schon durch die Init quasi, wird sie gelöscht. Wir können ja quasi die Init ausführen dann. Ist das eine gute Idee, die Init auszuführen? Es ist ja fast schon die beste Möglichkeit, dann einfach die Init neu zu initialisieren. Ja. Oder? Ne, die Init lasse ich erstmal Init bleiben. Die Init soll so schön brav bleiben, wie sie jetzt gerade ist. Die ist ganz gut. Jetzt muss ich halt, die Spieler müssen halt resettet werden. Wenn das Game neu startet, einmal bitte resetten. Aber der Reset soll ja nicht permanent stattfinden, sondern einmal stattfinden. Ich glaube, da kann ich einfach... Ob ich jetzt ein Spieler bin oder nicht, ist ja relativ egal. Also ihr seht schon, jetzt wird es so an der Stelle... Ihr fängt jetzt ein wenig an, kompliziert zu werden. Weil wir jetzt so irgendwie das Ganze miteinander verwuschteln müssen, verwuschten müssen. Dies macht es mir ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Und diese Slow-Tick-Datei, die wird immer später ausgeführt. Ich habe mal kurz noch eine Ausführung gehört. Die wird immer zuletzt ausgeführt. Hier wäre dann Game Start. Spiel Start quasi. Wir können genau das gleiche schreiben. Spiel Start. So, und... Scoreboard. Ich mache einfach... Ich mache genau den hier. Wie resette ich die? Ich will... Ich will gerade einmal überlegen. Wir müssen ein Game End machen. Wir müssen quasi Game End. Wir müssen eine Datei machen. Okay. Wir gehen davon aus, dass der Wert resettet wurde. So. Fangen wir mal so herum an. Wir gehen davon aus, dass dieser Init-Wert auf jeden Fall resettet wurde. Und das machen wir jetzt auch gleich in der Init-Datei. Und ich habe eine Idee. Also, wir gehen davon aus, dass Folgendes passiert ist. Scoreboard. Players. Reset. Sternchen. Foo. Dass das Ding ausgeführt worden ist. Keiner ist dann Spieler. Niemand ist Spieler. So. Ich weiß, dass nun niemand Spieler ist. Wenn jemand Spieler ist, dann passiert ja das hier. Die Singleplayer-Datei wird gelauncht. Und die setzt dann den Spieler auf Foo 1. Und dann können wir nämlich hier Tag gleich Player. Brauchen wir nicht mehr. Sondern wir sagen jetzt einfach Scores gleich und dann Foo gleich 1. Das ist die beste Möglichkeit, die wir haben. Okay. Damit wird meine Zeitleiste gesetzt. Damit startet auch die Timer und die ganze Pipapo. So. Jetzt. Zurück zu dem hier. Wir sind jetzt im Singleplayer-Modus. Da passiert erstmal das hier. Wird dann immer wieder ausgeführt. Wunderbar. Die Trigger-Funktion macht dann auch nochmal ein paar Sachen. Und jetzt kommt halt der Multiplayer-Modus in den Einsatz. Und der Multiplayer-Modus, der ändert auch meine Foo-Bar ein bisschen. Und zwar wird dieses Foo-Ding auf Minus 1 gesetzt für Ich spiele mit. Und auf Minus 2 gesetzt für Ich will nicht mitspielen. Wenn alle Spieler... Genau. Erstmal. Alle Spieler sind auf Foo 0. Das ist natürlich wichtig. Beziehungsweise haben kein Foo-Wert. Das ist natürlich gerade ein bisschen ekelhaft. Weil, ähm... Ah, Scheibenkleister. Einen Tag kann ich überprüfen. Einen Score kann ich nicht überprüfen. Ich muss davon ausgehen, dass alles, was... Oh, Scheibenkleister. Ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Wir kommen gerade überhaupt nicht weiter. Weil das mit dem Foo ist genauso bescheuert. Wenn ich mal ehrlich bin. Prinzipiell ist das nicht schlecht mit dem Foo. Aber das verdirrt mir gerade echt den Brei. Okay, das Singleplayer-Modus ist schon fertig. Wir sind eigentlich schon quasi fertig. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was machen. Aber, ähm... Jetzt gerade ist er ein bisschen doof. Wegen... Wie können wir es hinkriegen, dass die Spieler sich auswählen können? Also es muss ja jeder Spieler muss resettet werden. Wie kriegen wir es hin, dass jeder Spieler resettet wird? Jeder Spieler muss resettet werden. Das heißt... Ähm... Wir brauchen noch etwas... Wir brauchen noch irgendeinen Wert oder irgendwas. Irgendjemand nervt mich gerade tierisch. Und ich bin gerade stinksauer drauf. Hey Siri, nicht nerven. Ich weiß nicht. Nicht nerven. Ich weiß nicht. Nicht... Nicht stören. Okay. Geht doch. Ähm... Ich habe eine Idee. Wir müssen die Spieler einzeln resetten. Das heißt, jeder Spieler muss einmal kurz resettet werden. Wie kriege ich das hin? Playtime. Ich kann das über einen Timer machen. Ich setze... Ich mache... Scrollout Objectives add play timer. Und dann... Und dann... Können wir... Play... Stud. Zweimal. Also was ist das jetzt hier? Wir haben ja wirklich alles mögliche an... Studs etc. Wir müssen jetzt einmal kurz ins Internet gehen und mal ganz kurz gucken. Scoreboard. Ich brauche etwas, was permanent hochläuft. Nein, nicht scoreboard.com. Ah... Schätzt es... Minecraft. Ich dachte, Google weiß mittlerweile, dass wenn ich scoreboard google, dass ich Minecraft haben möchte. So. Und da gibt es ja wirklich... Ja, got it. Thanks. Da gibt es ja wirklich viele Deklarationsobjectives. Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, das ist ja gar nicht alles, was es hier gibt. Oder ist das alles? Gehört das alles? Food. Air. XP. Minecraft. Das ist go-at. Kriterien-Typ. Minecraft. Statistik. Deathcount. Teamkill. Air. XP. Health. Armor. Trigger. Das ist es nicht. Ich möchte gerne Statistik haben. Stat. Das ist wahrscheinlich scoreboard. Stat. Okay. Doppelpunkt. Denkpunkt. Stat. Nein. Okay. Super. Wusste ich auch nicht. Wie schreibt er sich? Statistik. Minecraft. Custom. Walk Underwater. Wieso ist das Custom? Das ist doch nicht Custom, oder? Custom. Doppelpunkt. Play. One. Ich habe keine Ahnung. Walk Underwater. Zune. C. Eine komplette Liste findest du hier. Hier. So. Es gibt hier. Es gibt einen Stat, der. Play. Play. Da. Play. Punkt. Doppelpunkt. Minecraft. Punkt. Play. One. Minute. Das ist es nämlich. Der Player Time. Und wenn ich den ich erstelle. Scoreboard Objectives. Sehen wir rechts. Scoreboard Objectives. Das ist der Sidebar Player Time. Wir sehen. Der geht hoch. Der geht automatisch hoch. Okay. Das ist es schon mal. Das ist schon mal genau der richtige Weg. So. Und wir machen jetzt mal die Init-Datei. In der Init-Datei erstellen wir genau dieses Ding. Scoreboard Objectives Add. Play Timer. Und der Play Timer soll auch jedes Mal resetet werden. Also. Scoreboard Players Reset Sternchen Play Timer. Es soll eigentlich quasi alles resetet werden. Bis auf Day darf nicht resetet werden. Foo soll resetet werden. Timer soll resetet werden. Also Timer darf auch resetet werden. Day darf nicht resetet werden. Obwohl. Wir machen nochmal. Timer wird resetet. Und natürlich wird auch Trigger resetet. So. Dann erst kommen die Deklarationen. Super. Also wir sehen. Wir haben eine ganze Menge hier. Und da die schon mal drin stehen. Das ist schon mal ganz gut. So. Die werden jetzt alle resetet. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall, wenn es resetet ist, kann ich jetzt folgendes machen. Ich kann jetzt. Hashtag. Empfange Spieler. Nein. Registriere neuen Spieler. Doppelpunkt. Da kann ich jetzt machen. Execute. If. Doch. If. Ne. Nicht alle. Also solange es einen Spieler gibt, der. If. Scores. Nein. 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 Ganz schlecht. Execute. Et. A. Scores. Von. Von. Ich habe ich das Ding nochmal gerade genannt. Ich heiße es gerade nicht. Ich komme ein bisschen durcheinander. Init. Hello. PlayTimer. Solange der Score von PlayTimer gleich zwischen 1 und 50 ist. Der Befehl wird zwar häufiger ausgefüllt, aber das ist jetzt wurscht. Run. Führt den Befehl aus. Coreboard. Players. Set. At. Foo. Null. Ja. Ja. Ich glaube 20 reicht aus. 150 damit der Befehl. Der Befehl doch. Der Befehl wird eigentlich ausgeführt. Es reicht sogar. Es reicht 20. Ich mache mal 25 sicher. Der Befehl wird jetzt 25 mal ausgeführt, aber egal. Das ist. Dann ist das sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel nun registriert ist. Sehr schön. Der bekommt jetzt aber auch keinen Effekt. Das heißt, jetzt habe ich wunderschön. Jetzt kann ich hier Tag gleich Player. Remove Tag. Das brauche ich nicht mehr. Diesen ganzen Kram brauche ich nicht mehr. Hier kann irgendwas anderes rankommen. So. Foo ist auf jeden Fall jetzt auf 0. Wenn ich nur den Trigger, das aktiviere. Also wenn jetzt Trigger auf 1 gesetzt wird, bedeutet das Spiel soll gestartet werden. Deshalb. Wo haben wir das? Trigger-Funktion. Wenn Trigger auf 1 steht bei mir, dann soll das Ding im Singleplayer-Modus gestartet werden. 2 ist der Multiplayer-Modus, der allerdings noch ein bisschen anders funktioniert. Der Multiplayer-Modus erwartet nämlich etwas. So. Bevor Multiplayer-Modus gelauncht wird. 2 bedeutet, ich möchte gerne mitspielen. So. Das können wir jetzt hier definieren. Das heißt, wir sagen dem Spieler, du bist auf 2. Also wenn das auf 2 ist, dann run die Funktion scoreboard players set at s und dann für minus 1. Für ich möchte mitspielen. 0 bedeutet, er ist registriert. Nichts passiert. Minus 1 bedeutet, ich möchte gerne mitspielen. Gut. Dann gehen wir mal ganz kurz hier wieder in unser Ding rein. Und die Select-Tot, das lassen wir einmal ganz kurz aus. Wir lassen das auch aus. Die Mitspieler lassen wir kurz aus. Dann kommt nochmal hier so ein Text. Da steht dann erstmal nichts wieder drin. Machen wir Dark-Ray. Steht wieder so ein Plus drin und so weiter und so fort. Das kommt dann hier hin. Und dann kommt quasi genau das gleiche, was wir schon mal hatten. Und zwar, wir möchten gerne in Klammern. Ich suche es gerade hier drin heraus, wo es hier steht. Da, willkommen zu Day of Death. Bitte klicke eine Option im Chat an. Das kommt jetzt hier drunter. Das heißt, es soll nochmal eine Trennlinie kommen. Die kommen jetzt hier ein. Zack. Die machen wir Gray. Oder Dark-Ray lassen wir die. Bitte klicke eine Option im Chat an. Irgendwie hat das gerade hier diese Zeile mit übernommen. Die wir natürlich wegmachen. Und das wird natürlich dann jetzt auch Italic gemacht. Super. Juhu. Und dann kommen die Optionen. Also mal so. Dark-Gray hinzufügen. Und jetzt kommt eine Option. Und zwar wäre das dann Tag mit... Nee, mitspielen. Mitspielen. Und jetzt kommt noch ein Klick-Event. Das wäre dann Slash-Trigger-Trigger-Z2. Hover-Event-Show-Text. Sobald alle Spieler auf Mitspielen oder Backslash-N zuschauen geklickt haben. Komma. Startet das. Startet der Tag. Yellow. Yellow. Okay. Add-Text. Wunderbar. Bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Mitspielen soll natürlich jetzt grün sein. Machen das Fett und Bold und Green. Und nicht zu vergessen gibt es natürlich dann auch nochmal hier die Regeln. Mitspielen. Ach ja, dann gibt es jetzt noch Zuschauen. Das wäre dann blau. Bold. Klick-Event. Run-Comment-Slash-Trigger-Trigger-Set-4. Hover-Event. Show-Text. Du schaust einen, du schaust, du möchtest nicht, nee, nicht mitspielen. Nicht mitspielen. Yellow. Add-Text. Thank you. Okay. Und damit haben wir schon mal Days gemacht. Und zu guter Letzt noch einmal hier die Regeln. Die werden dann auch wieder Bold und Yellow gemacht. Der Command ist Slash-Trigger-Trigger-Set-1, nee, 3, waren die Regeln. Text. Zeige die Regeln. Ich weiß nicht, hier hatte ich irgendwas anderes reingeschrieben. Gebt dir das Regelbuch. Genau. Gebt dir das Regelbuch. Das steht dann hier drin. Wunderbar. Textfarbe. Yellow. Und hinzufügen. Wunderbar. Add-Text. Juhu. Geschafft. So. Das heißt, da haben wir dieses Ding. Das Ding läuft dann im Multiplayer. Jetzt kreuze ich mal ganz kurz das hier aus. Und lasse diesen Befehl jetzt ausführen anstelle dessen, weil ich ja gerne das testen möchte. Und zwar wird dieser Befehl jetzt ausgeführt, als ob es ein Singleplayer-Modus ist, ähm, ist zwar ein bisschen verrückt jetzt, aber sollte funktionieren. Und ob es funktioniert, das, liebe Leute, sehen wir im nächsten Part. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao. Bis bald. 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 Vielen Dank.